Moin YouTube, mal wieder eine Reaction, es ist ein Weilchen her, die Schere ist oben, aber was soll ich machen, wenn ich die Reactions aktuell nicht fühle im Stream, dann kann der Cutter auch keine hochladen, der kann sich ja keine aus dem Rücken schnitzen, so wie ApoRed seine imaginären Millionen. Twitch-Net ist am Start, wir gehen rein zusammen in das Video, als EA noch cool war, lang ist's her, Spätzle im Meer, rein da. Wisst ihr noch damals, Leute, als EA noch cool war? Ich auch nicht. Aber tatsächlich gab es mal eine Zeit, da stand dieses EA-Label auf einer Spieleverpackung noch nicht generell für Verbraucherunfreundlichkeit und auch den Titel Schlechtestes Unternehmen Amerikas hatte man damals noch nicht erlangt. In diesem Video soll es um EA Sports Big gehen, ein Label, das zwischen 2000 und 2008 verwendet wurde und unter dem kurz gesagt Arcadige Sport- und Rennspiele erschienen sind. Spiele, die sich durch ihr spaßiges Gameplay ausgezeichnet haben und für die man wirklich kein Fan der jeweiligen Sportart sein musste, um Spaß an diesen Spielen zu haben. Da konnte man dann auch entweder immer auf ganz viele Punkte gehen oder man hat immer versucht, seinen Charakter so spektakulär wie möglich auf die Fresse fliegen zu lassen. Und starten wollen wir hier mit Dev Jam. Dev Jam Vendetta erschien 2003 für die PlayStation 2 und den Gamecube. Es handelt sich dabei um ein Wrestling-Kampfspiel mit zahlreichen echten Hip-Hop-Künstlern, die als Spielfiguren zur Verfügung stehen. Rapper, die eben damals bei dem Label Dev Jam unter Vertrag standen. Darunter große Namen wie Method Man, Ludacris oder auch der bereits verstorbene DMX. Im Spiel geht es natürlich darum, sich gegenseitig nach Wrestling-Regeln zu verprügeln und da das Spiel von bereits erfahrenen Wrestling-Spielentwicklern stammte, konnte das Gameplay auch ziemlich überzeugen. Wobei beispielsweise spektakuläre Body-Slams und andere Manöver vorhanden waren. Kern des Spiels war außerdem der überzeugende Story-Modus. Es war ein einsteigerfreundliches, spaßiges Spiel, bei dem man zur Not auch mit etwas Button-Mashing vorangekommen ist. Es sollte keine Kampfsimulation sein und spiegelte eben genau das wider, wofür EA Sports Big auch stand. Auch bei Kritikern konnte das Spiel überzeugen. Bereits ein Jahr später, also 2004, erschien mit Dev Jam Fight for New York der direkte Nachfolger. Dieser aber bereits nicht mehr unter dem EA Sports Big Label und das, obwohl dieses Label zu dem Zeitpunkt noch für andere Spiele verwendet wurde. Stattdessen findet sich auf dem Cover des Spiels also das EA Games-Logo. Weiter geht es mit einer klassischen Ballsportart, nämlich... Da möchte ich nochmal hinweisen, Chad, dass EA für Electronic Arts steht. Also elektronische Kunst. Dafür steht EA. Vom Name her. Vom Name. Kommen wir zu NBA Street. Der erste Teil erschien 2001 für die PlayStation 2 und später auch noch auf dem Gamecube. Ist es eine Kunst? Ist es eine Kunst, mit Abstand die Pay-to-Win-verseuchtesten Spiele auf dem Markt zu wichsen? Jedes Jahr aufs Neue kleine Fußballfans die Taschen auszunehmen? Das ist schon eine Kunst. Das ist schon eine Kunstform. Vielleicht steht es dafür da. Vielleicht ist die Kunstform bei EA dafür gemeint. In diesem Spiel treten große Namen der NBA im 3 gegen 3... Oder EA steht für einfach Abzocke, ja. ...Street-Basketball gegeneinander an. Natürlich auch hier wieder in einem sehr arcadigen Stil. Wobei eben auch nicht nach den klassischen, sondern nach Straßenregeln und Punktesystemen gespielt wird. Der Ball kann nicht ins Ausgehen und es gibt keine Fouls. Coole Tricks, Manöver und verschiedenste coole Art und Weise, den Ball im Korb zu versenken. Außerdem kann man eine Trickleiste auffüllen, durch die der Gamebreaker aktiviert wird. Mit einem Spezialwurf können hierbei zusätzlich dem Gegner Punkte abgezogen werden. Besondere Regeln also mit einem spaßigen Gameplay fernab von jeder Basketball-Simulation. Die Serie war sehr beliebt und erhielt daher auch noch einige Nachfolger. Auf der PS2, die Konsolengeneration, die natürlich die Hochzeit der EA Sports-Big-Spiele war, erschienen mit NBA Street 2 und 3 noch zwei weitere Titel. 2005 gab es einen exklusiven Ableger für die PSP und 2007 schaffte es die Reihe mit NBA Street Homecourt sogar... Warte, 2007? Was kam 2007 nochmal raus, Chat? 2007 war ein Big-Gaming-Jahr. Ich glaube, da kam Halo 3 und Mass Effect. Oder? Da kamen einige kranke Spiele 2007. Und MV1 auch? COD4 auch noch? Boah! ... noch auf die nächste Konsolengeneration. Mit einem Release auf der PS3 und Xbox 360. Das erinnert mich gerade auf den ersten Blick an die Szene aus Dead Island. Auch dieser Teil trug noch das EA Sports-Big-Spiele. Am grundsätzlichen Spielprinzip hatte sich auch hier nicht wirklich etwas verändert. Allerdings wurde das Spiel etwas zugänglicher gemacht. Ich weiß auch noch, Chat, ich bin damals in den Laden reingesteppt und damals hat man sich nicht irgendwelche Videos oder Trailer im Internet angeschaut. Ich war, keine Ahnung, wie alt war ich 2007? 15, Bro. Ich bin in den Laden reingesteppt und da hast du dich überzeugen lassen, ein Spiel zu kaufen. Entweder durch Freunde, die dir das Game empfohlen haben oder vom Händler. Der Händler hat dir das Game schmackhaft gesprochen, aber auch, weil er das Game selber gespielt hat oder Feedback hatte von Leuten, die es gespielt haben. Oder du hast das Game umgedreht und anhand dieser Mini-Bildchen auf der Rückseite dich überzeugen lassen. Und ich weiß das noch, Chat, es ist so lang her, aber ich weiß noch, Assassin's Creed 1, mir hat das Cover so gut gefallen. Dieser Altair in diesem weißen Mantel, beziehungsweise in diesem weißen Outfit, hat mir so gefallen in dieser Assassinenrobe. Dann habe ich es umgedreht und dann so, ja, Stealth, Schleichen, Erkunde, das, das und so. Dann war ich überzeugt, habe den Lachs gekauft. Spektakuläre Tricks waren jetzt noch einfacher auszuführen. Auch bei den Kritikern kam der vierte... Ezio-Manne. Beim ersten Assassin's Creed haben wir Altair gespielt. Bei Teil Nummer zwei und bei Brotherhood und Revelations haben wir Ezio gespielt. Vierter Teil, beziehungsweise sogar fünfte... Und das waren auch so mit die besten. Vierter Teil, wenn man den... Gibt's, by the way... Für die Leute, die es noch nicht gespielt haben. Klar sind die Spiele etwas altbacken. Manche Mechaniken sind vielleicht ein bisschen, äh, ja, ein bisschen träge. Das Klettern ist manchmal, ne? Manchmal ist einfach Ezio im freien Fall. Aber ich kann euch nur empfehlen, es gibt wenig Pakete, wo ihr für euer Geld so viel bekommt. Ezio-Auditore-Kollektion für PC oder Konsole. Alle drei Spiele, die ich gerade genannt habe. Ihr kriegt so unglaublich gute Assassin's Creed-Spiele für einen schmalen Taler. Habe ich auch die Remasters alle nachgeholt. Für die Playstation, alle auf Platin gespielt. Hatte den Spaß meines Lebens. So gute Spiele. Klar sind die ein bisschen, ne? Aus der Zeit gefallen, was manche Mechaniken angeht. Aber die sind auch story-technisch immer noch so gute Spiele. Ja, kann ich nur empfehlen. Von daher... ...den PSP-Spiele-Ableger mitzählt. Ziemlich gut weg. Dennoch sollte es... ...und Assassin's Creed Brotherhood ist von der Storyline mein bestes Assassin's Creed. Äh, mein Lieblings. ...leider der letzte Ableger bis heute bleiben. Black Flag. Und damit kommen wir zu einem weiteren Genre innerhalb der EA Sports Big-Spiele. Mit Shocks erschien im Jahre 2002 ein Rally-Rennspiel. Obwohl im Spiel zahlreiche lizenzierte Fahrzeuge zur Verfügung stehen, setzt man natürlich auch hier auf ein arcadiges Gameplay. Wodurch sich die Fahrzeuge natürlich nicht so verhalten, wie man es von typischen Rennsimulationen gewohnt ist. Das Spiel bietet tolle Grafik, atmosphärische Rennstrecken und ein spaßiges, driftlastiges Gameplay. Optisch konnte das Spiel außerdem mit Schadensmodellen und durch die Strecken vertreckten Karosserien überzeugen. Wie es sich für Spiele dieser Art, vor allem aus dieser Zeit, gehört, konnte man Shocks natürlich mit bis zu vier Spielern im Splitscreen spielen. Eine Funktion, die ich heute... ...tolle Grafik, Bros von 2.7... ...zutage generell sehr oft vermisse. Das Spiel erschien übrigens exklusiv auf der PS2 und hat trotz positiver Kritiken nie einen Nachfolger erhalten. Weiter geht es mit dem Spiel, das den Anfang der Big-Serie ausgemacht hat, nämlich SSX. Erschienen im Jahre 2000 für die PlayStation 2 war SSX das erste Spiel, das unter dem EA Sports Big Label veröffentlicht wurde. Und hat insgesamt auch die meisten Nachfolger erhalten. Es handelt sich dabei um eine Arcade-Snowboard-Spielereihe, wobei der erste Teil sogar ein Launch-Titel für die PS2 gewesen ist. Essentieller Bestandteil des Gameplays ist natürlich das Ausführen zahlreicher Tricks, wodurch beispielsweise auch ein Boost aufgefüllt werden kann. Die SSX-Spiele waren nicht nur erfolgreich, sondern auch sehr beliebt, bei Fans wie auch bei Kritikern. So gehört der erste Teil zu den bestbewerteten Spielen von EA, als auch insgesamt von der PlayStation 2-Konsole. Klar also, dass diese Reihe lange fortgeführt wurde. Für die sechste Konsolengeneration mit der PS2 erschienen insgesamt vier Ableger, wobei es auch noch einige Versionen für Handheld-Konsolen gab. Im Jahre 2007 erschien mit SSX Blur der letzte Teil der Reihe, der unter dem Big Label veröffentlicht wurde. Und zwar exklusiv auf der Nintendo Wii. Danach war es lange ruhig um die Reihe, bis es 2012 zu einem Reboot kam. Der Titel, der erneut den Namen SSX trug, erschien für die PS3 und Xbox 360. Diesmal aber eben nicht mehr unter dem EA Sports Big Label. Stattdessen trug das Spiel das klassische EA Sports Logo auf dem Cover. Eigentlich als Neustart geplant, ist dieser Teil bis heute der letzte der Snowboard-Reihe geblieben. Eine der hierzulande vielleicht bekanntesten Spielereien unter dem Big Label dürfte wohl FIFA Street sein. Ein Fußballspiel, das EA parallel zu ihrer FIFA-Reihe herausbrachte. Bei dem es, wie bei so vielen Spielen dieser Art, ums Dricksen geht. Der erste Teil kam 2005 für die PS2, Xbox und Gamecube heraus. Man kann wohl sagen, dass wie auch bei den anderen Big-Sportspielen wie NBA oder auch NFL, das originale Spielprinzip etwas heruntergebrochen wird, auf einen Arcade-Stil reduziert und natürlich durch besondere und etwas unrealistische Tricks und Manöver ergänzt wird. Ich sehe an der Reaktion vom Chat, für viele sind diese Games Nostalgie, wo halt EA noch gut war. Das ist ein gutes Video. Gegen elf spielt man hier auf Straßen und Hallenplätzen. Diese Sportspiele habe ich alle nicht gespielt, Chat, weil ich da immer ultra-arsch war. Aber dieses SFX, das habe ich sehr viel gezockt. Mit lediglich vier gegen vier Spielern auf dem Feld. Im Vergleich zu vielen anderen Spielen und ich weiß noch, ich habe glaube ich nicht auf einer einzigen Map seine Rekorde knacken können. Der Typ war einfach zu... Unter dem Big-Label erhielt FIFA Street 1 relativ durchwachsene Wertungen und landet nur bei einem Metacritic-Score von 59 auf der PS2. Verkauft hat es sich trotzdem und 2006 folgte bereits der Nachfolger, der neben den Heimkonsolen nun auch auf dem Nintendo DS und der PSP released wurde. Weiter ging es dann auf der nächsten Konsolengeneration mit FIFA Street 3, welches für die PS2, Xbox 360 und auch für den DS erschienen ist. Im Gegensatz zu den Vorgängern entschied man sich diesmal für einen etwas comic-haften Look mit deutlich verfremdeten Spielermodellen. Alle drei Teile haben recht schlechte Wertungen eingefahren. Ich war bei der Recherche ein wenig überrascht, da ich die Spiele als ziemlich beliebt und entsprechend auch als gut wahrgenommen habe. Tatsächlich erreichten Teil 2 und 3 lediglich... Irgendwie finde ich das voll geil von der Aufmache-Chat, dass er die Spiele... dass er die Spiele anscheinend... Ich denke, dass es selber aufgenommen... Einfach als... ne? Als... echte Dinge hat. Als echte Spiele. Und dann die noch so unten... ...rechend auch als gut wahrgenommen habe. Tatsächlich erreichten Teil 2 und 3 lediglich eine Metacritic-Score von 63 und Teil 1 war wie gesagt sogar noch etwas schlechter bewertet. Kritisiert wurde an den Spielen übrigens die KI, das unter anderem zu viel vom Zufall abhängt und das Gameplay teilweise etwas eintönig ist. Wie auch bei anderen Reihen wagte man nach einer längeren Pause ein Reboot der Serie. 2012 erschien FIFA Street für die PS3 und Xbox 360 und nutzt die gleiche Spiele-Engine wie FIFA 12. Auch wurde es von Mitgliedern des gleichen Teams wie FIFA 12 entwickelt. Erschienen ist dieser Teil aber nicht mehr unter dem EA Sports Big Label. Die Cartoon-Optik wich einem realistischeren Look und generell fühlt sich dieses Spiel ganz anders an. Es gab wieder zahlreiche Tricks, die man ausführen konnte, diese waren aber nicht mehr ganz so abgedreht. Bei Kritikern kam man diesmal etwas besser weg. Dennoch blieb dieser Ableger der letzte FIFA Street-Teil bis heute. Weg von Ballsport geht es mit Sladstorm um ein Schneemobil-Rennspiel. Der Titel kam 2002 für die PS2 heraus und war der Nachfolger zum gleichnamigen Playstation 1 Spiel, welches noch kein Big Label hatte. Arcade-Rennen werden hier mit Lufttricks kombiniert und wie so üblich für die Big-Spiele spielt das Ausführen von Tricks hier eine entscheidende Rolle. Sprünge über Schluchten, zeitsparende Abkürzungen und scharfe Kurven sind dabei Teil des Gameplays. Das Spiel wurde gerne mit SSX verglichen. Auch hier kann mit Tricks eine Geschwindigkeitssteigerung erzielt werden. Insgesamt waren die Rennen aber für viele etwas zu chaotisch und das Handling bewegte sich zwischen ruhig und unkontrollierbar, was es Gelegenheitsspielern schwer machte, richtig reinzukommen. Und auch die Kritiken fielen nur durchschnittlich aus. Dennoch war es ein unterhaltsames Arcade-Rennspiel und hatte sicherlich seine Fans. Bis heute hat Sladstorm keine Nachfolger mehr erhalten. Mit NFL Street brachte EA auch eine Arcade-Version ihrer berühmten Sportsimulation zum American Football heraus. Der erste Teil erschien 2004 für die PS2, Xbox und Gamecube. Im Spiel treten Teams mit jeweils sieben Spielern gegeneinander an. Und wie auch bei anderen Big-Spielen spielt man zwar grob nach den klassischen Football-Regeln, wobei es keine Fouls gibt und das Gameplay damit automatisch etwas aggressiver wird. Für NFL Street wurde außerdem auch der Gamebreaker aus NBA Street übernommen, den man durch Ausführen von Style-Moves erreichen kann. Mit einem Gamebreaker kann die gegnerische Verteidigung einfach durchbrochen werden und problemlos ein Touchdown erzielt werden. Der erste Teil erhielt gute Wertungen und so folgte sogar noch zu Ende des gleichen Jahres bereits der zweite Teil mit NFL Street 2, der diesmal zusätzlich auch noch auf der PSP herauskam. Im Jahre 2006 gab es noch einen dritten Ableger, dieser erschien nur noch auf den Sony-Konsolen, nämlich der PS2 und der PSP. Auch die NFL-Serie schaffte noch den Sprung auf die nächste Konsolengeneration. Und so kam 2008 NFL Tour weiterhin unter dem EA Sports Big Label für die PS3 und Xbox 360 heraus. Nachdem bereits der dritte Teil nicht mehr so gut bei den Spielern ankam, konnte Tour das Ganze nochmal unterbieten. Das Spiel erhielt überwiegend negative Kritiken, ein Grund dafür war der geringe Umfang des Spiels. Tour ist bis heute der letzte Ableger der Reihe geblieben. Weiter geht es mit einem Motocross-Rennspiel. Freakstyle erschien 2002 auf der PS2, Gamecube und dem Gameboy Advance. Natürlich geht es auch in diesem Spiel darum, neben dem schnellen Fahren und als erstes ins Ziel kommen, viele coole Tricks auszuführen. So gibt es auch neben den Rennmodi einen Freestyle-Spielmodus. Wobei es beim Freestylen eben darum geht, durch das Ausführen von Tricks möglichst viele Punkte zu erzielen. Ich glaube, das war so ein Game-Chat. Vielleicht einige Hasen hier im Chat werden sich erinnern, die auch ungefähr in meinem Alter sind. Damals hat mein Dad mich immer beim Einkaufen, also er ist einkaufen gegangen und dann hat er mich in so einem Spieleladen abgesetzt, wo man halt, also wo man Spiele kaufen kann. Und da gab es dann immer so Konsolen, wo man Spiele anspielen konnte. Und das war eins von den Games. Da hat man dann, was weiß ich, eine halbe, dreiviertel Stunde Games gedaddelt, während dann die Eltern in Ruhe einkaufen waren. Bei den Rennen wiederum ist es auch hier der Fall, dass mit den Tricks ein Boost ausgefüllt werden kann, was das Tricks selbst natürlich zu einem essentiellen Bestandteil des Spiels macht. Unter den spielbaren Charakteren befinden sich einige echte Motocross-Stars. Die Heimkonsolen-Version des Spiels kam ziemlich gut an, dennoch hat auch dieses Arcade-Rennspiel nie einen Nachfolger erhalten. Und das waren sie, die teilweise fast schon legendären EA Sports Big-Spiele. Angefangen im Jahre 2000 mit SSX und beendet im Jahre 2008 mit FIFA Street 3, welches das letzte Spiel war, das unter dem Label erschienen ist. Ich persönlich war immer großer Fan dieser Art von Spielen. Für mich haben sie gerade die PlayStation 2-Ära stark geprägt. Dass Spiele-Serien mit den Jahren wieder vom Markt verschwinden, ist sehr schade, aber für uns Spieler mittlerweile auch ziemlich gewohnt. Trotzdem ist es in diesem Fall schon etwas krass, dass wirklich keine einzige dieser Marken heute noch besteht. Ja, es gab auch nach dem Ende des EA Sports Big-Labels noch Nachfolger bzw. Reboots einige dieser Spiele. Dennoch kamen auch hier die letzten Teile um 2012 heraus, eben mit SSX oder FIFA Street. Auch wurde das Big-Label um 2008 noch durch EA Sports Freestyle ersetzt, worunter allerdings lediglich drei Spiele erschienen sind. Vermutlich wäre es heutzutage schwierig, an die damaligen Erfolge anzuknüpfen, wobei auch klar ist, dass Publisher damals noch etwas mehr Risikobereitschaft hatten. Beziehungsweise waren die Entwicklungskosten damals natürlich auch noch nicht so hoch wie heute. Ich persönlich würde mir einige dieser Spiele zurückwünschen, aber wie ist es bei euch? Welche Games der Serie habt ihr früher gespielt und wovon könntet ihr euch einen neuen Ableger vorstellen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ja, war wahrscheinlich für sehr viele Zuschauer ein richtiges Nostalgie-Video, was diese alten PS2-Games angeht. Grüße gehen auf jeden Fall raus, wo EA und EA Sports noch gut waren.